Die Installation rund und die Installation rechteckig werden seit ihrer Einführung sehr oft und in sehr verschiedenen Bereichen eingesetzt. Um das Handling zu verbessern und die Möglichkeiten zu erweitern, haben wir auch in der Version 29 weiter an diesen Tools gearbeitet. Wenn ich zum Beispiel unter Hinzufügen Achse die Installation rechteckig einfüge, die Dimensionen definiere und über den Polygonzug die Geometrie bestimme, dann wird diese standardmäßig mittig eingefügt. Neu finden wir unten in der Kommentarzeile die Möglichkeiten mit L die Positionierung links des Polygonzuges, mit Shift-M in der Mitte und mit R rechts des Polygonzuges zu definieren. Ich kann den Positionswechsel so lange machen, bis ich die Funktion Mitte rechts abgeschlossen habe, also kann ich auch jetzt noch mit L definieren, dass die Kontur links oder eben wie in diesem Fall rechts des definierten Polygonzug zu liegen kommen soll. So bleibt mir der Wechsel in eine zweite Ebene und das Einfügen von Hilfslinien erspart und ich kann die Installation rechteckig sehr schnell und korrekt setzen. Neu können wir bei der Installation rechteckig mit Ctrl-W die Ausrichtung um 90 Grad drehen und mit W die Laufrichtung der Achse wechseln, ähnlich wie wir das bereits beim Achssystem der Stäbe kennen. Die Installation rechteckig wird oft für manuelle Fräskontur-Definitionen genutzt. Unter Modifizieren, Bearbeitung erzeugen, in den Einstellungen haben wir die Möglichkeit ein Werkzeug mitzugeben und hier speziell auch die Werkzeuglage festzulegen. Diese wird nun mit Hilfe des Pfeils auch bereits im 3D visualisiert. Die gestrichelte Pfeilspitze bedeutet hier keine Bearbeitung. Die durchgezogene Linie bedeutet, dass gemäss Geometrieanalyse eine Bearbeitung erkannt wird. Hier werden auch die Übermasse in Breite und Tiefe berücksichtigt, da die Bearbeitung zuerst eingeschnitten und dann erkannt wird. Beim ausgefüllten Pfeil wird die Werkzeuglage mittig benutzt und die halb ausgefüllten Pfeile entsprechen der Werkzeuglage rechts, respektive der Werkzeuglage links. Im Gegensatz zur Installation rechteckig, welche für diese Fräsungen eingesetzt wird, wird die Installation rund oft für die Definition von Rohrführung im Elektro- oder Sanitärbereich benutzt. Hier können wir neu für Listenauszüge unter Modifizieren eine Überlänge und eine Rundungslänge definieren. Ich wähle eine Überlänge von 50 und lasse diese auf 50 mm runden und sehe dann im Informationsfeld nebst der Länge Real auch die Länge Rohr, welche uns dann für die Listenauswertung zur Verfügung steht. Die Funktionen im Schneiden wurden um Shortcuts erweitert und stehen nun so alle unter dem Shortcut C zur Verfügung. Somit aktiviere ich alle diese Schläuche, wähle dann C für Schneiden, finde unten die Funktion A für Abrunden Radius, definiere hier einen Wert, kann neu nebst dem Einzelnen anklicken. Ich kann der Eckpunkte auch das Lasso einsetzen und übergreifend diese Abrundungen nutzen. Neu lassen sich diese Abrundungen mit der mittleren Maustaste auch wieder zurücksetzen. Ich wähle die mittlere Maustaste und ziehe ein Lasso auf und kann dann gleich einen neuen Wert definieren und nutze erneut das Lasso, um die Abrundungen mit dem neuen Wert erneut zu setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017